Viele spannende Punkte haben wir in diesem Monat zu besprechen, oder ich euch zu sagen. Und damit ein wunderschön herrliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, der Monat News März ist da, ich bin der Benjamin und ich kümmere mich hier um das ganze Zeug, was auch auf meinem Kanal und Co. alles passiert. Wir haben ein paar Punkte, ich habe mich ein bisschen informiert und das sind nicht gerade wenig. Ähm, der erste von, ähm, das Tutorial-Video von, äh, YouTube-Erklärung wird sich nochmal verändern zu, ähm, ich sag mal so, Erklärbär-Video, ähm, oder Tutorial-Erklärbär, ähm, so ist es nun, Um da einfach auch andere Themen außer YouTube anzuwenden, sondern auch Twitch OBS und so weiter. Alles was da hineingehört. Am 2. Juni, ähm, ist das beliebte Greta Barcamp bei Medien-Syntrum Parabol, eigentlich nicht bei Medien-Syntrum Parabol, äh, Parabol, äh, Parabol, Film Festival, was ja vom, äh, 25. Juni bis zum 3. Juni bis zum 3. Juni bis zum 3. Juni in Nürnberg läuft. Informationen hab ich euch mal in die Videobeschreibung hier unten rein getan. Ich würde jetzt mal eine Woche keine Videos geben, auch beide Kanäle. Eigentlich wäre ich ja zu der Late-In-Bilding Messe jetzt zu fahren, nachdem die aber abgesagt wurde und verschoben wurde auf Oktober, muss ich neu umdenken und ich wünsche, habe ich euch einfach gesagt, Ok, ich komm jetzt mal eine Woche mal da nichts, dann seid ihr mal ein bisschen entspannt, ich ein bisschen entspannt. Dann geht es aber danach dann auch wieder weiter. Ähm, ich lieb ein Film Festival vom 11.3. bis zum 20.3. in Nürnberg. Das Film Festival heißt Türkei-Deutschland, das ist das 26. Film Festival, was, äh, von den Macher, ähm, organisiert wurde. Und da werden eben Filme, äh, vorgestellt, die Rüster in Türkei oder Deutschland, ähm, filmt wurde. Ich werde darüber auch berichten, wie das genau am Ende wird, ähm, das werden wir dann in dem kommenden Video sehen. Und zu guter Letzt haben wir das Thema Jufifi, Jugendfilmfestival oder Workshop. Ähm, ja, das Jufifi bietet wieder Workshop, drei Termine an. Ähm, und daher eher mal, was darf ich eigentlich am 26.03.2022. Von Idee zum fertigen Film ist am 2.04.2022. Und das dritte Workshop ist am, die Macht der Montage am 30.04.2022. Die Macht der Montage geht echt sehr um den Schnitt. Ja, ähm, auch da, äh, verlinke ich euch, ähm, die Seite nochmal, könnt ihr euch nochmal selber nachschauen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch da anmelden. Bitte nun, äh, ihr müsst unter 27 Jahre alt sein. Ja, das waren auch schon wieder die Monat News März. Und wir sehen uns in einem Monat wieder beim Monat News April. Macht's gut, bleibt gesund, tschau. Ja.